hallo hallo ja es kommen wir immer beim spazieren gehen so viele inputs und impulse und zwar jetzt war es gerade das möchte ich unbedingt mit detail wenn du halb ist kannst du nicht krank werden was heißt es wenn du halb ist wenn du ganz bist wenn du komplett bist wenn dir nichts fehlt wenn du weißt wer du bist wirklich ganz klar und fest und wirklich weißt ich bin komplett heilig bin in ordnung an mir ist nichts falsch ich bin immer gut genug ich bin immer geliebt ich bin immer unterstützt ich bin immer sicher du kannst nicht krank sein das sind zwei verschiedene seiten zustände und du kannst auch als heiler mensch nicht krank werden also es gibt keine krankheit für dich von außen kann ich nichts erwischen es kann ich nichts krank machen von außen krankheit entsteht im innen wenn es alle wissen würden und es alle verstehen könnten wenn wir jetzt hier auf einem anderen punkt dann werden wir im kollektiv ganz woanders wenn das kollektiv das weiß und versteht weil es immer mehr einzelne wissen und verstehen dann verändert sich alles dann ist jeder einfach nur noch happy 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 läppi weil er keine angst mehr haben muss keine angst schon bevor keine angst weil du heil bist es gibt nichts zu befruchten es gibt nichts was dich kaputt macht es gibt nichts was dich krank macht es gibt nichts was dich klein macht es gibt nichts was dich strafft es gibt nichts was dich schuldig macht es gibt nichts von dem wie sollst du krank sein wie sollst du krank sein es ist unmöglich es ist unununmöglich und dann wenn du das für dich annehmen kannst und wenn es mit dir resoniert dann fühl dich bitte angesprochen in das Mastermind zu kommen 20. März starten wir Divine Creation deines selbst als Frau das in dir wohnt die Frau die alles hat vor allem sie hat keine Angst sie hat alles außer Angst sie fühlt sich sicher sie fühlt sich geborgen sie fühlt sich geliebt sie fühlt sich erhoben sie fühlt sich gut sie fühlt sich richtig und sie ist verdammt nochmal gesund weil es gar nicht anders sein kann ich freue mich riesig wenn ich dich ansprechen kann wenn ich dich mitnehmen kann in diesem genialen Angebot zehn Sessions ja wir können schon mal zwei Stunden gehen aber es hat immer das Kamel etwas zu gerade anstecken und du hast die Möglichkeit dich begleiten zu lassen von einer wunderbaren Mentorin die Master of Divine Creation ist wenn ihr in der Ausbildung war ihr Leben selbst verändert hat alles für sich verändert hat die darfst du dir auf die Seite holen wirklich so Turbo Geschwindigkeit Turbo in dein geiles Leben für das du hier angekommen bist irgendwann mal ein kleines Baby bis dann Tschüssi